Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in KonoKlass. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid hier in der Stadt der Liebenden. Werden wir weitermachen. Wir haben einen neuen Schraubenschlüssel bekommen, der sich auflädt. Was uns das genau bringt, das ist noch ein Geheimnis. Und ich werde jetzt mal aufhören, mit diesem schlechten Fake-französischen Akzent zu sprechen, weil das ist ja wirklich unbearable. Oh nein, das ist nicht. Komme nicht näher mit deinen perversen Mörderbäumen. Was hast du mit dir gemacht? Du sagst, du sollst dich verziehen. Ich sagte, du sollst dich verziehen, nicht du. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich das ja gesagt habe. Was hast du mit dir gemacht? Oh, sie ist jemand, um die du dich um deinen Dreck scherst. Was? Was? Nochmal. Was? Oh, sie ist jemand, um die du dich an den Dreck scherst. Dann solltest du diese Wand benutzen, um die Stirn dieser Frau in ihren Hals zu rammen. Das klingt fies. Das klingt fies. Das ist nur fair. Nein! Was für monströse Dinge tut ihr hier? Ja, was willst du? Lass mich dieses Drecksloch verlassen, ohne dass mir einer von euch folgt. Du wirst nicht versuchen, mich mit was auch immer das für eine widerliche Technik war, mit der du weiß getötet hast, zu erwischen. Du wirst... Du wirst sie einfach rumbringen. Das sollte ich. Vielleicht lasse ich... Vielleicht lasse ich dich hier irgendwo herumliegen, finden. Was? Ich kann nicht, Leute. Vielleicht lasse ich dich sie hier irgendwo herumliegend finden, sofern ich lange weg bin. Ich glaube dir nicht. Tja, das wirst du müssen. Ich gehe jetzt. Nein! Ah! Okay, gut. You do you. You do you. Ich bin dann mal weg. Juhu. Da, da, da. Stimmungstöten ist mein Traumberuf. Okay, folgen wir ihr. Es wird schon nichts passieren, Leute. Es wird schon nichts passieren. Am Ende geht doch alles gut aus. Oh, es ist Nacht. In der Außengrenze. Guck mal, dass die Rose die Royal beschworen hat. Der, ich... Verdammt! Kann ich schwimmen? Ja, ja. Kann ich. Tatsächlich. Aber, ähm... Bring mir nichts. Ich komme da nicht hoch. Dü, 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 dü. Upsi. Hallo. Shut the dawn. Shut the day. Ähm. Hey! Hey, du. Hey, ich habe gehört, dass du die ganze Stadt gerettet hast. Danke, Kumpel. Ich bin eine Lady. Aber es zeigt, wie man sich irren kann. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Vor allem, ich dachte, du hast die Stadt bewegt. Aber wir kommen immer noch am gleichen Punkt raus wie vorher. Hast du dich einmal im Kreis gedreht, oder was? Seltsame Stadt, Leute. Seltsame Stadt. Ah, guck mal, wir können hier runter jetzt. Ach, guck mal, nee, da waren wir schon. Da brauchen wir ja gar nicht hin. Das ist ja komplett sinnlos. Hey, hey! Ähm, ist vielleicht Mina... Ja, hast du nochmal, was dir irgendwer wichtig ist? Hm, naja, zumindest hast du aufgeräumt, was wahrscheinlich dein Chaos war. Ja, danke, 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 wirklich, wirklich, denke. Weißt du was? Ich habe einen neuen elektrisierten Schraubenschlüssel. Möchtest du dir den einmal von nahem angucken? Von ganz nah? Ähm. Die Technologie der Vorfahren hat uns gerettet. Nein, ich habe euch gerettet. Ich, ich, moi, habe euch gerettet. Mon ami. Mon ami heißt, äh, was hat er noch? Ist aber egal. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ihr wisst, was ich meine. So, ist hier, hier ist doch Mutti, ne? Äh, doch nicht. Es ist dir einfach egal. Da waren Soldaten draußen. Ich weiß, Mama. Sie hätten hier hereinkommen können. Nicht wirklich, Mama. Und jetzt verlässt du mich erneut. Ich lasse alles zurück, nur um zurückgelassen zu werden. Wo ist dein Herz? Es war nicht einmal ein Tag und du verlässt mich. Ich werde einfach in diesen... Wow. Ja, okay, gut. Ich bin ein Miststück und ich verstehe es. Okay, sie ist ein bisschen mad. Ich weiß, dass ich es für jeden schlimmer mache. Aber ich würde gehen, wenn ich denken... Aber würde ich gehen, wenn ich denken würde, dass du daran sterben würdest? Ja. Tatsache ist, dass alles gut gelaufen ist. Du bist in Sicherheit. Samba, nicht. Also sei still. Ja, sie ist mad. Tut mir leid. Ziemlich mad. Und tschüss. Lali da, lali da, lali da. Hey. Hast du irgendwas in dem Koffer drin? Irgendwas cooles? Kann ich hier vielleicht raus. Nein? Okay, tschüss. Arrivederci. Hast du noch was zu sagen eigentlich? Äh. Mir tut mir lau leid. Warum? Und selbst mit Leidzufälle sind dann auch keinem geholfen. Hey, Mina, warte auf, ich helfe dir. Ich bin an deiner Seite. Ist sie hier herangegangen? Mina, Schätzchen! Äh, was willst du denn jetzt? Mina ist eben hier vorbeigerannt. Hast du eine Idee, wo sie hin will? Vielleicht wieder nach Blockrock? Hey, dieser Schraubenschlüssel wird dich auf den Schienen, die ich hier errichtet habe, langrutschen lassen. Greif einfach eine Schraube mit dem Schraubenschlüssel, während du nicht in eine Richtung drückst. Okay, cool. Danke. Danke. Okay, cool. Danke. Okay. Okay, danke. Hey, look at this! Oh, no. Ey, was ist das? Ah, guck mal, da kann ich die Richtung verändern. Was passiert eigentlich, wenn ich einen aufgelandenen Schraubenschlüssel habe? Ey. Wow! Okay, das passiert. Okay, okay, ja, okay. Was zum Teufel passiert hier? Ey, dafür habe ich den Schlüssel. Klick! Ach ja. Du, 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 du. Das sieht aus wie eine Bus-Sarena. Aufladen. Und? Hey. Hey! Okay, okay, ja, ich hätte auch auf einem Weg anhalten können. Ich hätte auch auf einem Weg anhalten können. Okay. Aber ich bekunde erst mal das Lager von den Bösen. Ja, die sieht eigentlich ganz nett aus. Dafür, dass das die böse Einführer-Mutter ist hier. Sieht doch eigentlich ganz sympathisch aus. Gibt es hier noch? Okay, cool. Irgendwas Spannendes zu sehen? Anscheinend nicht. steine könne mir nichts mehr entgegen setzen ich habe kein doppel das ist ein problem dem ich mich entgegen stellen muss eigentlich nicht eigentlich will ich nicht aber ich kann wenigstens mal die statu angucken und mir da ein speichern ich glaube hier waren aber keine rätsel keine anderen deswegen gehe ich jetzt wieder zurück da wo ich gekommen bin und wer hat hier einfach an den schienen lang okay die kiste ist mir aber egal und wir haben genug materialien zum upgraden und ich baue eh nicht so viel zeug also von daher war es das schon wir können nur in eine richtung ne ja 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 aber wenn ich das ganze umschalte dann ändert sich alles und jetzt wirklich alles ja tatsächlich nein warum kann ich da nicht lagen also kann ich wahrscheinlich schon aber warum bin ich so geschickt dafür da ich muss doch da einfach nur hochspielen das kann eigentlich nicht so schwer sein springt irgendwie nicht so ich probiere es noch mal leute ich probiere es noch mal das kann eigentlich das muss ja eigentlich irgendwie kann kann ja kann ja nicht sein dass es nicht klappt nein ich bin einfach ich dumm ich glaube das sollte nicht so kompliziert sein aber es war verdammt kompliziert um ehrlich zu sein zu kompliziert ich weiß nicht ob es hier wirklich lang geht ob das hier der richtige weg ist jetzt will sie nein das ist der falsche weg zum glück hey metallion beschafft coole sache dankbar dafür die normale aufladen und dann wird hier ordentlich abgelöst hey hey das war eine gute sache okay ich kann ja okay jetzt auf einmal in die andere richtung nein nein dann muss ich mich aber schneiden das war jetzt meine größte sorge leute das war meine größte sorge beim ende halte ich an ja okay ich fall nicht automatisch runter hier musste ich nicht lang ich hätte gedacht dass ich hier irgendwie lang muss ich kann ja nicht das ist ja in eine richtung dass ihr wisst leute das problem ist bekannt okay dann müssen wir wahrscheinlich einfach noch mal die wüste durchstreifen und nach mina suchen würde ich jetzt einfach mal vermuten dass das unsere aufgabe ist denn etwas anderes könnte ich mich im moment gar nicht vorstellen ist der blödmann wieder da natürlich ist er wieder da hey how about you don't come back das wäre doch mal eine idee auf die man auf die ich mich einlassen könnte da war das labor von dem dude ne der so mega geheim ist der praise the sun guy was ist eigentlich dreh denn schraubenschlüssel für längere zeit das klingt jetzt auf einmal interessant Ach okay 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 all right all rightker sitter speichern ja das auch und ich bin aber noch ich will optimieren das ist aber vielleicht sagt die schraubschlöse Schwingertacke, er wird die Bewegungsgeschwindigkeit beschützt sich vor Feinigung. Das könnte ich tauschen. Bewegungsgeschwindigkeit. Naja. Genau, dann kann ich jetzt einmal mit einem Drehen voll aufladen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, Leute. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Dann ging es jetzt eigentlich hier unten lang. Okay. Pum. Ja. Pum padapum. So, Leute, ich würde aber sagen, da wir die Wüste schon kennen, schalte ich einfach wieder ein, wenn es was Neues gibt. Okay, ich glaube, hier sind wir definitiv an der richtigen Stelle. Weil die Seile konnten wir vorher nicht lang. Und jetzt können wir da lang. Und ich werde mir erstmal ansehen, was es hier gibt. Okay, cool. Eine Speicherstatue. Das ist doch schon mal eine gute Sache, Leute. Das ist eine solide Sache. Aufladen. Und Q. 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 Okay, das geht in die andere Richtung. Aufladen. Und Q. Holy shit, ist das schnell. Ich könnte wahrscheinlich auch schwimmen, aber hey, man will schon schwimmen, wenn man Superspeed hat. Superspeed. Ich meine, natürlich Superspeed. Ähm. Ich meine, natürlich Superspeed. Okay. 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 Was ist das? Was war das Ding nochmal? Nichts, was ich aktivieren kann. Ah, guck mal. Hier sind die blöden Piraten, die mich über Bord geworfen haben. Ich werde euch hauen. Wenn ich euch. Hey, Mina. Oh. Hey, Robin. Ich bin eine Idiotin. Ich weiß. Ich bin einfach weggelaufen, ohne nachzudenken, schätze ich. Ich denke nie. Ich mag es nicht wirklich. Ich habe zwar ein Gehirn, aber das benutze ich nicht so richtig. Ich bringe Leute einfach in Gefahr. Enttäusche sie. Ich muss netter zu Mama sein. Ich weiß nicht, mehr, wie ich damit umgehen soll. Aber sie ist in Sicherheit verdammt. Ich habe recht, Samba nachzugehen, oder? Ich werde nichts anderes mehr tun, bis ich Samba wiedersehe. Aber ich brauche dich, Robin. Nicht nur wegen deiner Fähigkeiten. Dinge allein zu versuchen, funktioniert nicht wirklich. Ich weiß, dass dir Samba nichts bedeutet, aber ich habe realisiert, dass ich allein hoffnungslos bin. Bist du wegen mir hergekommen? Yo, Bro. Ha, in Ordnung. Ich bin wirklich froh, dass du mir gefolgt bist. Danke. Mama ist paranoid geworden, dass Leute sie benutzten und verlassen wollen. Und jetzt laufe ich immer wieder weg. Was bin ich für eine Tochter? Also, lass uns versuchen, Hinweise oder etwas darüber zu finden, wo diese Agentin hingeflüchtet sein könnte. Ich bezweifle, dass hier noch Soldaten sind. Sie werden jetzt von unseren mysteriösen verschwindenden Städte ab... Was? Jetzt von unserer mysteriösen verschwindenden Stadt abgelenkt sein. Yay! Wir sind wieder komplett. Naja, nicht ganz Royals fehlt noch, aber... Ja, auf jeden Fall Mina wieder dabei. Das war schon mal eine coole Sache. Und hier unten ist ein Schlüssel. Da habe ich den... Ach, guck mal! Wir sind wieder in der City! Hallooo! Hallooo! Erinnere dich immer daran, was wichtig im Leben und am Glauben ist. Möchtest du was wissen? Äh... Nee, eigentlich nicht. Ach, guck mal! Der Pastor ist nicht da! Was hat es denn damit auf sich? Wo ist denn der Werte-Herr-Pastor hin? Hm... Ich werde erst mal Speicher Renown. Danke, 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 danke. Guck mal, da ist immer noch alles zerstört. Da ist ja... Ach nee, das... War das schon zerstört? Nee, das wurde, glaube ich, gerade zerstört, als ich abgeführt wurde. Ja, fühl dich nicht schlecht deswegen, ja? Life happens. Hey, du bist ein Dude! Oh, hallo, starke junge Robin! Na, willst du meine Werkpapieroptimierung leihen? Nee, nicht so wirklich. Gemeindezentrum, hallo! Na, Freunde? Freut ihr euch, mich wiederzusehen? Ich bin doch der beste Gast hier, oder? Sie... Sie haben sie geholt! Die Stolte hatten, die waren hier! Sie haben mir zu Cosa weggenommen und ich habe keine Ahnung, wohin! Ich konnte seitdem nicht schlafen! Okay, und du? Wenn du den Regen loshaben willst, kann ich die Wolken auf der Stelle nur durch meinen eiskalten Blick umdrehen lassen, Mädchen! Denn in Wirklichkeit bin ich der blaue Drache mit eiskaltem Blick! Ahahahahaha! Nee, der weiße Drache. Kann dir aber nicht versprechen, dass es nicht schneit. Lassen wir es bei Regen, würde ich sagen. Lassen wir es einfach bei Regen. Ich meine, überhaupt nicht. Okay, cool. Ja, doch. Hey! Robin! Ja? Warum bist du überhaupt so... Ja? Nein, egal. Hast du meinen jungen Pontus dort gesehen, wo du warst? Ich habe ihn das letzte Mal vor acht Stunden gesehen und es ist jetzt mitten in der Nacht und es regnet! Er hat mir immer wieder davon geredet, einen Astronauten zu besuchen. Kleine Jungen haben Fantasie, aber jetzt mache ich mir Sorgen, was das für eine Person sein könnte. Ich habe ihm gesagt, dass er solche Dinge nicht verfolgen soll, aber er sagt, dass er beweisen würde, dass er einen Mondmann gefunden habe und ging. Bitte, Robin! Bitte finde meinen Jungen! Ähm, well, no. No. Actually not. Okay, hier ist auch nichts, ne? Hier ist auch nichts, ne? Ich bin nicht so der Nebenquest, dude. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich komme leider immer noch nicht an den Schlüssel da oben. Das ist ein bisschen schade. Egal. Ah, guck mal, wer ist denn? Das, wer bist du? Breitengrad 7539. Alles klar, und der Längengrad? Den hast du vergessen, ne? Den hast du vergessen, Minion. Wo ging es denn hier eigentlich nochmal lang? Ah, ah! Schau, Schweine! Peng! Peng! Okay, keine Ahnung, was hier nochmal war, aber hier war irgendwie... irgendwas war hier... Ach, guck mal, das... Ah, okay. Das war nur so ein Ding. Das haben wir aber schon erledigt. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal, glaube ich. Das ist unwichtig. Das können wir nicht... Das brauchen wir nicht. Okay, cool. Hey, ist dir kalt? Längengrad minus 5547. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, hier war ich auch schon, aber... Hey, es ist Bambi! Es ist Bambi! Hey, 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 hey! Lass mich in Ruhe, du Kackschleim. Ist das ein Geist? Ahhhh! Go away, Ghost! Bitte, kann ich den... schocken? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Dien, Mr. Ghost! Dien! Okay, der kommt wieder zurück. Okay, ich geh schon weg. Hey, geht's dir da tot? Du leidst auf tiefem Gehörst, solange du jung bist. Die Medizin hält deinen Körper länger als je zuvor am Leben. Aber es bringt das, wenn der Geist nicht mithalten kann. Oh ja, Leute. Als Einflieger kann ich davon ein Lied singen. Hey, hey, hey. Bleibst mal hier. Jetzt bleibst doch mal stehen. Also, das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich sehr unüblich. Also, wenn ich wirklich mal will, dass da jemand stehen bleibt, dann sollte der auch stehen bleiben, finde ich. Ich weiß nicht, wie man ein Spiel spielt. Danke, Schild. Wo ist der Roboter hingelaufen? Okay, da gab's nichts Wichtiges. Und warum ist der vor uns weggelaufen? Mr. Robotermann, zeig mir, was ich kann. Was war eigentlich... Ah! Ein Probium, Leute. Im Probium. Geile Sache, Leute. Geile Sache. Guck mal, das ist mein Haus. Ach ja. Hey, süßes Haus. Liebst du allein in so einem großen Haus? Das werden sie nicht lange zulassen, stimmt's? Mann, ich wünschte, ich hatte meinen eigenen Fernseher. Meine eigenen geheimen... Meine geheime Schande ist, dass ich eure Sendungen sehr mag. Hast du mal Elfenbeinturm gesehen? Es handelt von einer Stadt voller Leute. Ich denke, sie wären schlau dabei... Äh... Ich denke, sie wären schlau dabei, erfinden sie nur nutzlösen Müll. Wie auch immer. Ich hoffe, du kannst diesen Ort behalten. So. Wo warst du deine schmutzigen Dinge auf? Ähm... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine Werkstatt-Dinge, du Nerd. Ja, 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 ja. Ich muss erst mal eine Runde ratzen, Leute. Immer erst mal eine Ratzen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber erst mal Spicer-Leute. Er ist mal ein bisschen... Ein bisschen Zeit. Ich war ein Riden. Okay. Und jetzt können wir die schmutzigen Dinge zeigen. He, he, he. He, he, he. Ach ja. Okay. Es gibt keine wirklich schmutzigen Dinge. Ist ja alles weg. War ja nur der Schlüssel. Okay. Dann gehen wir mal weiter nach links. Der Links ist im Moment unser einziger Weg. Muss er eigentlich aufgeladen sein, um zu funktionieren? I don't know. Au! Hey! Speedchef, motherfucker! Nein, du machst hier nichts. Nien, Jung. Halt die Klappe. Oder Geist. Okay, hier geht es einfach nur wieder runter. Das ist natürlich nicht eine Sache. Ist wie der große... äh, fresslich, ne? Er musste auch immer rumschreien. Okay, kommen wir jetzt mindestens schön schnell und smooth durch, ah! Hi, hollisch. Kann ich eigentlich auch... Ne, ich kann nicht gedrückt halten. Da macht er diesen Super Beam. Super Beam! Ey, wer ist das? Komm zurück! Diese Frau in der Stadt hat gesagt, dass... Äh, der Junge habe etwas gesehen. Ist das das Ding? Ja, muss ja. Komm her, Mondmann! Endlich wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt! Oh, shit! Zu viele! Zu viele! Zu viele! Zu viele Gegner! Warte, zu viele Gegner! Komm her! Du Mistgurke! Hey! Peng! Und sheng! Ein... Dings! Optimierungs... Dings! Gras! Mehr baubare Optimierung! Okay, cool! Was ist das für ein Haus? Hm, ein Gruselhaus, das in den Untergrund führt. Was ist das? Eine Röhre! Was ist... Achso, das ist der... Das ist der Junge. Sag du mir einfach, was du bist. Das sage ich schon die ganze Zeit, Kumpel. Ich bin einer der cleveren Typen dieses Planeten. Ich grüße dich, Mondperson. Wie ist dein Name? Sei still! Du bist keine Person. Kumpel! Wir reden miteinander. Entspann dich, okay? Du bist ein komischer Außerirdischer. Ich bin nicht der Außerirdische. Wie kannst du im Freien herumlaufen? Du bist verrückt! Du bist ein Mensch. Ja, hör auf zu fragen! Ich glaube dir nicht! Dann frag nicht! Ich würde sagen, argumentiv hat er der Junge gewonnen. Das kann nicht wahr sein. Hey, die Automata. Hey, wer? Hey! Robin, ich dachte, du wärst in die Luft geflogen. Könntest du mich aus diesem Ding holen? Wo seid ihr Typen? Weg von mir! Was seid ihr Typen? Hey, geh runter! Okay, okay, danke, danke für den Tipp. Zerschmettere alle Seiten dieses Eisblock-Dings. Okay. Hey! Aua. Hey, du bist runtergegangen. Was für ein Idiot. Okay, alle Seiten zerschmettert! Au. Zerschmettere... Zerschmettere alle Seiten dieses Eisblock-Dings. Au, okay. Okay, aber wie soll ich das... Wie soll ich das Ganze von unten zerschmettert? Ha, ha, ha. I don't really know, man. I don't really know, man. I don't really know, man. Man, ich kann mich besser... Hey, hey, wo bin ich? Ich bin hier. Ich möchte alle Seiten dieses Eisblock-Dings. Ja, ich bin dabei, Junge. Hey, don't you let me. I'm sensible. Nein, 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 nein! Au! Au! Game over. Not yet, Leute, not yet. Okay, ich habe am Anfang ein bisschen viel abbekommen, aber das hat sich gleich. Kann ich das eventuell beschwingen, danke? Hier runter, ich bin unten. Alles cool, Junge. Aua. Ich muss hier mal wieder hoch. Hat er mich getroffen? Ja, okay, er trifft mich. Ich kann mich besser verstecken als zurochen. Okay, ich kann nicht... Okay, ich kann nicht entkommen. Der hat, ähm... Der hat, äh, quasi einen sogenannten Aimer-Bot. Okay, dann muss ich das anders probieren. Geh runter, ich bin unten. Okay, weg. Okay, der muss auf jeden Fall auf eine gewisse Distance rankommen. Äh, nicht. Ja, ich bin dabei, Junge. Ich bin dabei. Okay. Aua. Fast. Ich glaube, oben muss ich nochmal nachlegen. Hey, hey, it's a Schmerder. Deasy peasy, lemon squeezy. What you doing now, boy? Stop. Was wirst du denn überhaupt machen? Ah, was ist das? Ich werde euch alle an Eis einsperren, ihr Freaks. Nein. Ah. Ah, die Luft. Ich sterbe. Ich muss zurück zum Turm. Oh, the fuck. Ach, das war einfach irgendein Typ. Pontus, wer war dieser Mann? Und ich habe dir gesagt, dass du mich nicht mehr aufsuchen sollst. Ich... Äh, bist du das, Sonnenblume? Hey, who the fuck are you? Ich war überzeugt davon, dass jeder tot sei. Warum? Warum bin ich zurück nach Hause gekommen? Deine Nichte und... Sie sind beide tot, Robin. Es tut mir leid. Ich bin nur froh, dass du noch am Leben bist, Robin. Ist das ihr Vater? Hey, Mina ist auch da. Tut mir leid. Oh. Okay, ich konnte es nicht lesen. Danke. Ähm... Hallo. Gehört die Frau zu dir, Sonnenblume? Wir sind dabei, jemandem zu helfen. Du bringst sie nicht in Gefahr, oder? Ha, uns geht es sehr gut. Danke. Also, warum umarmt ihr euch? Ich bin Robins Bruder. Ach, das ist der Bruder. Na klar. Ah, ich dachte, dass... Ach, das ist der Typ, dessen Haus gestürmt wurde. Stimmt, er hatte so ein Schwert in der Wand und... Die sind beide tot. Ach ja, okay. Ja, doch. Ja, das ist... Okay, sorry. Bring Pontus zurück zu seiner Mutter. Okay. Ah, okay. Da du jetzt weißt, was mir und Robin passiert ist, wirst du verstehen, dass ich sie mit mir nehmen muss, damit wir uns verstecken können. Pff, behandle mich nicht, als sei sie ein Baby, Mann. Nee, sie nicht. Du weißt nicht, womit sie sich herumschlagen musste. Der Vater ist vor kurzem gestorben. Sei nicht albern. Du kennst sie nicht. Du hast mir gesagt, sie habe dir mit den Maschinen geholfen und ihr wurdet geschnappt. Das reicht, um die Leute hier umzulegen, hm? Die Agenten werden dir schriftfolgen, aber diese spezielle Agentin wollte mich. Robin, weiß das? Sie sollte nicht noch... Sie sollte nicht noch mehr Dinge sehen oder hören, die sie traurig machen. Sie braucht Ruhe. Hm. Wenn ich sie wäre, würde ich denken, dass ich in dem Fall dafür verantwortlich wäre. Das geht dich nichts an. Robin reagiert stark auf schlimme Dinge. Ich weiß das. Sie wird es vermeiden, es zu hören. Und sie redet nicht mehr viel. Es geht mich nichts an, aber du erzählst mir alles über sie? Ähm, okay, about that. Also, was zur Hölle hast du dir bei all dem... Was ist all dem gemacht? Okay. Hey! Hey, Sonnenblume. Ist Pontus wieder heil zu Hause angekommen? Jupp. Ich war im Blockrock. Ich habe die Überreste meines Hauses nachts durchgesehen. Aber mein altes Schwert gefunden. Aber es ist kaputt. Pontus hat es mich mal... Pontus hat mich einmal gesehen und hat angefangen, mich zu besuchen. Er wollte mit mir über meine Tochter reden. Sie und Pontus waren sehr einige Freunde und ich bin mir sicher, dass er sie auch vermisst. Ich nehme an, er hat heute Abend dennoch jemand anders gefunden, den er verfolgen kann. Wer auch immer er war, sah aus wie ein One-Konzern-Hauptquartier-Panzer, der von einem Piloten gesteuert wurde. Warum seid ihr hier? Weil Robin es geschafft hat, zu euch zu kommen. Warum seid ihr dann nicht dort versteckt geblieben? Ich und sie werden für diesen flüchtigen Agenten, die mit jemandem davon gelaufen ist, aushalten. Aushalten. Ich fürchte, das kann ich jetzt nicht zulassen. Robin, du solltest jetzt wirklich an einem sicheren Ort bleiben. Nope, not gonna happen, boy! Hiiii! Ja, Robin! Ich will nicht mit ansehen, wie ich noch mehr Familienmitglieder verletzt werden, Sonnenblume. Ich weigere mich, dir bei etwas zu helfen, das dich garantiert verletzen wird. Bleib jetzt einfach bei mir und wir werden einen Ort finden, wo wir uns verstecken können, okay? Du hast keinerlei Vertrauen in die Fähigkeiten dieses Mädchens, oder? Ich setze all mein Vertrauen in dich, Robin. Aber du kannst auch nett sein. Rechtschaffenheit macht dich nicht unbesiegbar. Und Mina, du musst deine Grenzen kennenlernen. Danke, Lehrer! Ein bisschen sassy. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, okay, cool. Wer ist das? Ich weiß nicht, aber ich verstehe. Okay, okay, cool. Danke für das. Okay, danke. Okay, ich werde jetzt einmal speichern und dann werde ich diesen langen Part beenden. Denn dieser Part ist lang. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. Untertitelung. BR 2018